So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. COD, Modern Warfare 3, äh, Multiplayer. Ich hab die Ammonation gerade leicht verkackt, aber scheiß mal drauf. Will, da ist der Wolf, hallo Wolf. Hallo. Was geht? Wow, da ist der erste Kill, da ist mein erster Kill. Mein erster Kill, mein erster Kill. Yeah, bitches. I'm so irgendwas. Keine Ahnung, ich hab mir jetzt das Wort entfallen, was ich sagen wollte. Da sind ein paar Gegner, ich kann die alle töten. Oh, yes. Yes, I'm so mysterious. Ah, den hab ich noch bekommen, Alter, den hab ich noch bekommen. Den hab ich noch bekommen. Wo renne ich lang? Renne ich hier unten lang? Nee, lass mal hier lang rennen. Komm, lass mal hier lang rennen. Das ist ein Claymore. Wir haben scheinbar eine Drohne. Hauptsache, ich hab mal Sist, man. Wow, wow, hier geht voll der Punk ab. Voll der Punk. Der Punk, der Punk, der Punk. Zack, zack, zack. Oh yeah, ich hab ein Assis für irgendwas bekommen. Yay. Musch auf deine Beine achten. Warte, warte, da kommen gleich Leute lang. Ganz viele Gegner, ich seh sie. Ja. Ha, oh, Alter, was war das? Der hatte Speedtag, man. Zumindest sah es so aus. Ich will jetzt keinen hier, äh, ne. Aber es sah voll so aus, so wie der um die Ecke kam, man. Wupp. Auf einmal war er da. Urplötzlich. Stand er vor mir und hat mir ins Gesicht geschossen. No. Ja, gibt halt Legger, ne? Legger Männer. Ja, ja. Ja, mein Gott. Ich legger selbst, ich leg selbst oft genug rum. Ah, ah, ah. WTF von wo? Das war jetzt unfair. Legger Männer, Männer, Legger. Oh, mein Ping ist auch bei einem Balken. Das ist natürlich kacke. Einfach mal ein paar Schüterungsgranaten raus. Ich hab bei mir, also bei mir ist ein Balken. Deswegen. Du wurdest grad abgeschossen. Ah, ne, du lebst noch. Ach, das Abschluss besteht, ich sagste. No, merk ich jetzt erst. Juhu, juhu, juhu. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Messerwerfer, yeah, boah. Ich hab ihn mit dem Messer erwischt, Mann. Ich bin so awesome, ist. Ich bin so awesome. Verdammt, aber ich hab mit dem Messer in dem Rauch erst. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ne Drohne für uns geholt. Yes. Ja, du bist voll awesome, ist. Ja, Mann, ich freu mich voll, weil ich die scheiß Drohne geschafft hab. Yeah. Mal auf wen ballerst denn, du? Ach, da. Auf alles, was Beine hat. Ich seh schon. Ja, ich seh schon. Zack. Auch hoff ich. Wow, nice, ich hab's geschafft. Wenn ich jetzt hier liegen bleibe, sterb ich, oder? Ich sterb doch jetzt, wenn ich hier liegen bleibe. Abschluss bestätigt. Wo sind sie? Wo sind sie? Mieser Dropshot. Guck mal, hier dieses Obst. No, 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 lecker. Bananen. Yay. Gibt's alles, Alter. Messerwerfer, random. Und so close. Das ist over the map. Schade. Hier gibt's nur Steine. Ich will hier nicht langrennen. Ich will hier nicht langrennen. Wo, wo kann ich langrennen? Überall. Wow, der war, wow. Der war heavy nah. Der war... Büs. Da ist noch einer irgendwo voll. Ich hab, ich hab ihn auf der Map gesehen. Aber es sind mehrere. Was? Wie er mich one-shottet? Ich stehe hinter dir und er gibt mir einen Headshot. Er hat mich auch mitgeheult, mitgeheadshotet, Mann. Er hat uns beide gehadshotet, so. Like a pro. Es ist um, dass es hier keine Nutshots gibt. Sonst wär ich eher es da. Ja, ja, wahrscheinlich. Wie ein Armer. Wie ein Armer, Mann. Das ist so geil. Hat der echt funktioniert letztens. Aha, Granate. Oh, eigentlich hab ich Visier dabei, ne? Die Granaten zerficken mich nicht sofort, weil das ist immer scheiße. Weil Granaten, find ich, machen etwas zu viel Damage. Ja, wobei, ich glaub, im echten Leben wäre es auch so. Ich glaub, eine Granate zerfetzt dich. Alter, ohne Scheiß. Ach, ich wollte ja kaum aufheben damit abballen. Schade, schade. 7 zu 7. Ja, geht halt, ne? Geht halt. Ich bin kein Pro-Gamer. Ihr wisst das, Leute. Ihr wisst das. Ihr wisst das. Wow, hi. Wow, Abschluss pervert. Yes. Wie viel er aushält. Und ich lecke. Ah, wie sie sich hin... Oh, Mann, ey. Ja, nee. Mein Ping ist dran schuld, dass die mich irgendwie früher sehen, ein bisschen, als ich die. Hat was mit den Latenzzeiten des Bildschips zu tun, aber damit kenne ich mich aus, ne? Nein, Quatsch. Mhm. Damit das wahrscheinlich... Müsste eigentlich jeder wissen. Zack, down. Ich muss, Alter, aufhörens zu den Laden, wenn ich gegner will. Nein! Ja, gut, wenn du Fingerfertigkeit hat, ist eigentlich egal, ob du jetzt einmal mehr nachlegst. Klar, macht schon Unterschied manchmal, aber... Bei mir kommt der gerade rausgerannt und schon bin ich tot, Mann. Boah, Alter, also, nee, die Spammer... Nee, die bewachen gerade da einen Gang ziemlich doll. Also, ich werde da sofort abgeschossen, wenn ich da rein will, dann kriege ich sofort eins auf die Mütze. Deswegen schmeißen wir meine Granätchen rein. Und vielleicht noch eine. Zack, ja, Mann, alle geblendet. Läuft. Ach, ey, das finde ich ein bisschen blöd, Mann, so mit diesem Raketenwerfer. Das ist Kacke. Was ist denn das für ein Kackhorst, Alter? Ja, irgendwer spammt da, ne, mit seinem Raketenwerfer. Ja, läuft. Nein, nein, der Horst ist ein bisschen kacke. Genau, Alter. Hauptsache, ich habe mir gerade voll viele Abschüsse verwehrt und so. Oh, einmal springen, einmal laufen, einmal die Abschüsse holen. Boah, jetzt kriege ich jetzt, haben mich ja gerade voll die Marken ein, Alter, wenn mir läuft. Na, wo kommt der jetzt her? WTF? Leute, den habe ich gar nicht gesehen, Alter. Ich hatte gerade so derbe Glück, Mann. Zum Glück habe ich vorher die Dingens gelegt. Ich weiß nicht, ich lege so, ach, diese Bodenmine da. Ich habe vergessen, wie die heißt. Und dann, mein Detektor. Boah. Auf einmal läuft da so einer rein. Wo ist zum Teufel... Ich meine, warum bin ich letzter, Alter? Ich bin voll schlecht. Alter, der Schalter einfach macht den Schaden ziemlich... Wow, das ist so ziemlich hart. Ich muss den mal runternehmen demnächst. Miese, miese. Wenn ich es nicht vergesse. Ah, da oben ist einer. Oh, Alter, wie sie einsamen Möbeln. Aber gut, die MP7 war auch schon, oder... Was heißt, war auch schon? Ich meine, MV3 kam ja vor, BO2. Äh, ja doch. Und, ich meine halt, die MP7 war hier schon ziemlich okay. Oder ist hier schon ziemlich okay. Hat sich an BO2 nicht geändert? Ich wollte noch den Abschiss verwehrt. Aber wir haben gewonnen, Bitches! Wieder. Ich finde, aber was ich auch geil finde, so mit den Akimbo-Waffen. Das finde ich ganz geil. Ich bin Lix. Wieso hast du nicht abgeschossen, Junge? Hab ich doch. Oder er hat meinen Kehl geklaut. Achso. Gut, Freunde, das war's mit dieser Runde. COD, MP3, E-Multiplay, Outtrain. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn ich euch zur schnelle Rede, Pech gehabt. Das ist YouTube-Partnerkräfte! Richtig. Alter, ich muss abhauen, ne? Ja, natürlich, äh... Ja, ich fråge's, wenn ein Aufmerksamkeit.